Musik Servus und herzlich willkommen zurück meine lieben Hüterinnen und Hüter da draußen. Ich wurde mal gefragt, ob ich mal ein Video machen könnte bezüglich aller Kisten in der europäischen Luftzone. Tja, tadaa! Auf Reddit bin ich bei einem User namens Hulumulu fündig geworden und präsentiere euch somit eine Karte mit allen Standorten der Truhen in der europäischen Luftzone. Der Link zu Reddit und dem Erschaffer dieser Karte verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Die Karte lässt sich auch sehr sehr simpel lesen und somit auch handhaben. Ich erkläre es euch einfach mal ganz kurz. Die roten Markierungen auf der Karte sind die Standorte der Truhen in der europäischen Luftzone. Ich denke mal, das sollte eigentlich schon jedem aufgefallen sein. Diese Markierungen sind in zwei Formen eingeteilt, Rauten und Dreiecke. Die Rauten zeigen Truhen, die sich am Boden der ERZ befinden an und die Dreiecke zeigen Truhen an, die höher gelegen sind, also auf den Dächern oder in einem der Stockwerke in den einzelnen Gebäuden eben. Um euch einen besseren Überblick der Karte zu verschaffen, haltet euch an diesem Punkt auf. Hier spawnt die allererste Truhe, die geöffnet werden muss, um die Lootphase zu starten. Von da aus könnt ihr euch recht gut orientieren und die Truhen über diese Karte leichter ausfindig machen. Ich hoffe doch sehr, dass euch diese Karte ein klein wenig weiterhelfen kann. Wenn ja, dann könnt ihr mir das mit einer hübschen Bewertung zeigen. Ich hatte eigentlich den Plan verfolgt, alle Kisten einmal abzulaufen und daraus ein Video zu erstellen. Doch ich komme da absolut nicht auf einen Nenner. So hoffe ich wirklich, dass euch diese Karte die Suche nach den Kisten ein wenig erleichtert. Jetzt wende ich mich mal wieder ab. Wie immer wünsche ich allen Hüterinnen und Hüter da draußen frohes Farm und richtig guten Loot. Bis in Bälde, euer Anima. Bis in Bälde, du bist in Bälde, du bist in Bälde, du bist in Bälde.